Das ist ein Film von einem Schweizer Regisseur, von Oliver Ries, der schwarze Schafe gemacht hat und damit einiges an Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist sein nächster Film, eine schräge Beziehungskomödie mit vielen sehr unterhaltsamen, teilweise sehr originellen Einfällen. Es geht um ein klassisches Datingprojekt und das zeigt er doch in einer sehr originellen eigenen Handschrift. Untertitelung des ZDF, 2020